Okay, dann darf ich Sie heute präsentieren. Unsere wunderschöne Herzen dazu. Man braucht einfach keine Pfanne mehr. Einfach keine Pfanne. Tepanyaki. Tepanyaki. Genau. Man braucht keine Pfanne mehr. Man kann jetzt einfach Äpfel fraten. Oder man kann Fleisch braten. Man kann Pfannkuchen machen. Man kann Spätzle machen. Das ist total cool. Man kann jetzt die Spätzle hinlegen und das lässt sich ein bisschen anfragen. Dann kann man hier schön seinen Schinken drinwerfen. Und dann tut man den Käse drauf und dann merkt man es einfach. Dann kann man es zur Seite stehen und kann man von vorne anfangen. Man kann einfach alles darauf fraten. Alles. Und fischen. Ohne Pfanne. Und fischen. Wenn man fischen kann. Nur dann. Nur dann.